Hallo und herzlich willkommen zurück zum Kleidungsladensimulator, ne zum Modehaus-Simulator, so wollte ich es nennen. Schön, dass ihr da seid. Ja, ich wollte mal gucken, ob wir vielleicht in dieser Folge mal unsere Einkaufstasche designen, sobald wir genug verdient haben. Sobald ich wieder aufräume. Es ist ja immer was zu tun. Komm ich nicht dran von hier. So, dann das. Das, ja, so. Und so und so. Ich weiß gar nicht, was die alle mit diesen Hemden haben. Ich glaube, von allem mit diesen Hemden rum. Ja, also, die Einkaufstasche würde ich gerne designen. In dem schönen Garderol-Rot. Das ist kein schönes Garderol-Rot. Das ist schon eher so. So. Das muss schon einheitlich sein, ne? Kannst du mich drehen so ein bisschen? Ja. So, dann machen wir mal einen kleinen Trick. So, dann haben wir hier eine kleine Schattierung drin. Bin ich schlau? So. Speziell. Hm. Kann ich nicht irgendwie hier? Ist ja schon ein bisschen komisch. So. Der Hör ist auch ein schönes Design. Das hat ja hervorragend gut funktioniert. Ach, Spiel. Wieso haben wir hier eigentlich schon wieder Feierabend? Ich habe so viel Geld verdient. Was ist denn da los? 10 mal Frau Rock, ja. 6. Ich hoffe, ich gebe es dann auch irgendwann einen Räumer. Ich sehe uns, dass wir es nicht die ganze Zeit machen, wenn ich ehrlich bin. So, ein neues Glide. Weniger Kunden? Ne, Produkt nicht gefunden. Da haben wir nicht aufgepasst. So, dann hier diese schöne Dragon Shruder. Ich glaube, wir sind Schufe 12. Wir können jetzt neue Produkte aufnehmen. Das sollten wir auch so schnell wie möglich machen. Dann erscheint mir, je mehr verschiedene Waren wir haben, desto mehr Sachen kaufen die Leute hier. So. Deswegen machen wir das mal. Ich gehe nochmal die Oberteile. Guck mal, hier hin. Und der Lohn, ne? Der ist ganz schön teuer. So, wir gucken. Ähm, Stufe 12. Pullover, Mantel, Pullover. Kostet 1000. Ich hoffe, das rechnet sich dann auch. Also, das wäre hier das Lager. Kann man das wieder verkaufen? Ich brauche das ja gar nicht. Nee. Ich nehme an, dass die erste Shop-Erweiterung möglicherweise nur diese Ecke hier ist. Das wäre auch ein bisschen blöd. Sieht zumindest verdächtig danach aus, wenn du mich fragst. Oh, das Level of Detail ist aber auch anders wild. Äh, hier muss man... Achso, Entschuldigung. Ich wollte gerade sagen, muss man eben hier aufräumen. Warte, ist ja noch jemand drin. Äh... Ich habe mir die Taschen jetzt irgendwie anders vorgestellt. Na, geht doch. Hm. Ich will dieses Hemd da jemals wieder wegkriegen werden? Jetzt ist nur das Problem, jetzt laufe ich hier rum und die Kassiererin kostet viel Geld, ne? Das ist eigentlich, ist es Quatsch. Jetzt habe ich es kaputt gemacht. Ich glaube, wir können die nur irgendwie nachts entlassen. Ich hoffe, wir zahlen die jetzt nicht zweimal. So, wir müssen Waren nachbestellen. Ähm. Diese... Diese weißen Hemden gehen echt gut. Wollen wir mal gucken, ob wir die Preise ein bisschen erhöhen können. Ähm. Vorrat. Ich habe jetzt noch nicht gesehen, irgendwie eine Beschwerde zu teuer, ne? Das sollten wir natürlich ausnutzen, wenn wir hier vorankommen. Sehr gut. Und dann wollten wir neue Ware organisieren, ne? Wir hatten ja neue... Neue mögliche Produkte. Zum Beispiel das Geld haben. Ist ja schon wieder der Tag rum. Wir müssen mal gucken, was kostet die Kassiererin. Darf man das auch noch sagen? Ich bin immer so ängstlich, dass man das irgendwie aus... Auf einmal, dass ich nicht mitbekommen habe, dass man das auf einmal nicht mehr sagen darf oder so. Ähm. Statistik bei verfügbar. Das wäre natürlich auch cool. Täglich 100. Okay. Was ist denn dann so teuer? Habe ich gar ein bisschen irritiert. So, also wir bekommen Mann, Pullover, Mantel, Frau... Wir brauchen sechs Regale. Ein Geschäft machen. Aha. Na, der weiß ja jetzt Bescheid. So. Oh, das sind aber schon hochwertigere Produkte. Wenig genug Geld. Diese... Was soll eigentlich diese Zahl hier heißen? Das stimmt doch alles irgendwie nicht. Und wieso haben wir jetzt minus 781? Wenn die Mitarbeiterin 100 kostet. Wieso ist die noch da? Geh. Viel zu teuer, glaube ich. Was anderes kann ich mir nicht vorstellen, was da so teuer sein soll. Weil die Rechnung bezahlen wir ja selber, ne? Also irgendwie, daran kann es ja nicht liegen. Wieso hat er das denn jetzt wieder gemacht? Jetzt hat er wieder die Ware rausgenommen und wir haben das Geld verloren. Mann, 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 Mann. Die waren das, ne? So, ja, dann müssen wir mal eben kurz warten, dass wir diese ganze Menge, die wir jetzt da oben stehen, haben, wieder reinkriegen. Stufe 13, genau. Da können wir aber schon mal gucken, während die Kunden hier ihre Waren aussuchen. Was wir denn noch bekommen haben? Bei den Möbeln, mhm, auch wieder neue Shelves. Ich glaube, die hier wären ganz cool. Eins hat auch für 15. Das sind für 20, ne? Ich glaube, die sind ganz gut. Und für Schuhe. 14 wäre das nächste. Und das hier weiß ich ja gar nicht, was das sein soll. Spezielles Design? Und ein 5x5-Bereich. Boah, guck mal, wie viel größer wir das machen können. Hallo. Alter Schwede. Ist ja Wahnsinn. So, wir gucken mal, was die alle wollen. Die beschweren sich ja dauernd. Ja gut, dass irgendwelche Sachen nicht da sind, klar. Aber damit ich mir Waren leisten kann, müsst ihr erst mal... Ein bisschen mal shoppen gehen. Dankeschön. Das Wisterhemdmann ist zu teuer. War das doch ein bisschen viel, ne? War das, äh, Vorrat. Dankeschön. Dankeschön. 1600 brauchen wir. Noch einmal 65. Wir müssen ja auch was verdienen hier. Wir haben auch einen besonderen Laden. Dankeschön. Keine Beschwerde. Wir müssen mal, wenn der Tag abgelaufen ist, gucken, was die Leute dann sagen, ne? Ich denke mal, dass es da dann zu sehen sein wird. Hoffe ich, denke ich, meine ich. Können wir hier einfach von hier so ein paar Pflanzen nehmen und hier dann in den Laden stellen? Ne. Schade. Hätte ja klappen können. Also, ja, genau. Waren, die nicht verfügbar sind, können wir gerade nicht nachkaufen, weil wir für irgendwas haben wir so viel Geld. Ich weiß nicht, was war denn da so teuer, dass wir am nächsten Tag mal minus 700 haben? Aber wir haben doch immer... Wir kriegen doch jeden Tag die Mietrechnung, die wir selber bezahlen. Da kann es eigentlich nicht liegen. I'm somewhat confused. So, einmal Männer war dabei, ne? Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. War schon eins von den neuen Sachen? Da war nämlich ein Frauenkleider. Oder Frauenkleidung. Dankeschön. Ähm. Wir brauchen ja keinen Verkäufer, wenn der so teuer ist. Ich nehme mal an, dass der Verkäufer so teuer war. Was war denn jetzt hier nachbestellt? Das war nachbestellt, ne? Oder? Waren das die hier, ne? Ja. Schönen guten Tag. Ich denke immer die ganze Zeit, da steht jemand. Teure Dinge. Eins. Okay. Boah, was ist denn das? Zeige ich dafür irgendwas Zinsen, was mir nicht aufgefallen ist? Oder? Die waren, glaube ich, neu, ne? Genau. Und da wollte ich gucken, ob wir da jetzt 20 reinkriegen. Kriegen wir aber nicht. So, dann waren hier dieser schöne Rentierpulli für Herren. Und für die Dame hier so ein langärmeliges Rosa. Es kommt auf die inneren Werte an, Kleid. Hm? Bitte? So. Ja, Stufe 14. Haben wir da was bekommen? Schuhständer Marken. Hier kommen die ersten Turnschuhe und Co. Souls4. Aber für was bezahlen wir hier so viel? Wir bezahlen das doch jeden Tag. Warum? Was? Hä? Das war halt täglich. Ich bin da wirklich gerade ein bisschen irritiert, muss ich sagen. wo das herkommt. So, eventuell die ganzen... So, einmal... Einmal weiter rüber. Ist auch nicht so geschickt. Ich überlege, ob wir vielleicht mit dem... Mit dem Bestelltisch da hinten ins Lager reingehen können. Aber ich möchte es gerne so ein bisschen Übersicht haben, ne? Wenn wir mal hier gucken. Oder in der Übersicht. Wenn wir hier gucken, was wir brauchen, dann sehen wir das hier. Produkt nicht verfügbar. Ich kann doch die Produkte nicht nachbestellen, wenn ich da immer so... Auf einmal so teure Zinsen zahlen muss. Für was auch immer. Minus 1 XP. Minus 1 XP. Ja, aber die ganzen Waren nicht mehr da sind. Ja, was soll ich machen? Ich gehe pleite. Hilfe. Bitte helfen Sie mir. Das ist ein Teufelskreis, ne? Was wir ja nicht mehr haben. Können wir nicht verkaufen? Können wir nicht verkaufen? Geht einfach nur... immer dieses Geld ab. Wofür auch immer. Und die Leute bringen aber kein Geld mehr rein. Weil wir keine Ware mehr haben. Wurde das Geld immer weniger wird. Wir aber keine Ware nachkaufen können. Und dann sind wir pleite. So ist das. Deswegen müssen wir erstmal gucken, dass wir jetzt ja bei der Ware hinterher kommen. Dann ist das Merkwürde Oberteil. War das die? Ja. Guten Tag. Dankeschön. Entschuldigung, dass wir gerade nur eine begrenzte Auswahl haben, aber sie kaufen einfach nicht genug. Sie sind schuld. Das ist zu viel. Das ist zu viel. Oh Gott. Oh Gott. Und dann die Liefergebühr kommt natürlich auch noch oben drauf. So, jetzt ist der Tag rum und jetzt haben wir nur 500. Am nächsten Tag werden wir noch weniger haben. Ich glaube, wir gehen wirklich pleite. Aber warum? Das kann doch nur ein Spielfehler sein, oder? Er zieht uns irgendwas, zieht er uns hier ab? Obwohl wir immer die Rechnung bezahlen und... Hä? Ich verstehe es gerade wirklich nicht. Guck mal, 1.190, ne? Jetzt wollen wir den nächsten Tag. Versorgungskosten. Mieten. Wieso auf ein... So, und jetzt... Ja, wir stehen jetzt wirklich vor dem Problem. Ich... Ja, ich weiß jetzt gerade wirklich nicht, was ich machen soll. Also, danke. Die Folge beenden, ja. Und dann, ja. Ich glaube, ich werde mal kurz ein bisschen weiterspielen und gucken, ob ich das irgendwie hinkriege. Und dann schauen wir mal. Weil ansonsten bin ich gerade etwas überfragt, wenn ich ehrlich bin. Bis zum nächsten Mal. Ciao.